Und solltet der Livestream abkacheln, weil vielleicht die Internetverbindung... Alles klar. Was denn? Bist du tot? I believe I can fly! Alles klar! Getränke haben wir? Ich werd' dich mal auseinandernehmen. Kann ich eigentlich... Ich bin gerade an einer Wand gespawnt vom Berg und stand auf dem Baum. Das ist nicht dein Ernst! Und unter mir nichts. Unter mir nichts mehr. Du hast ja noch alles an und drin gehabt! Was? Was? Und ich bin genau... Ich bin genau da gespawnt, wo ich vorher war. Ähm, beeil dich bitte! Oh, das wird dauern. Denn... Ertrinke... Keine Ahnung, was weiß ich... Ich mein, ich ähm... Ich... Ich kann kurz vorm Abnübbeln! Ich wollte eigentlich das Jahr 2019 in deiner Nähe verbringen! Und nicht im Wasser! Ja! Ja! Das krieg' ich mit! Ah! Silvester! 2019, wir kommen hin! Oh Gott, noch ein Jahr älter! Oh, wir kommen hin! Noch sechs Minuten, jetzt geht's runter! Wollen wir uns da drauf? Wir werden es sehen! Ähm, hab ich denn... Wartet mal! Ich muss mal gucken, ob ich mit meinem Handy einen Timer anmachen kann! Ich, äh, flieg' mal kurz blind hier rum! Sooo... Ich hab' Feuer gemacht! War das jetzt schlecht? Nee, das war gut! Wo ist'n hier... Ich bin eindeutig ein bisschen unvorbereitet für den Livestream! Ich hätte mir noch Musik aussuchen sollen! Damit wir wunderschön ins Jahr reinfeiern können! Das... Ich bin gleich überfordert mit diesem verdammten Handy! Ist er eh zeitverzögert denn, ja? Nö? Kann ich schon mal einen Schluck trinken, Neva? Ilia! Bist du auch da? Ja! Ich bin noch da, ich versuche nur... Gerade... Machen wir mal... Einen Minuten haben wir nur noch! Ah, okay! So... Das hätte man Feuer stellen müssen! Eine Wand! Ich mach' jetzt eine Wand! Was sagt man dazu? Gut, wir müssen so gucken! Ich muss zu der Kalli... Ich will bei der Kalli feiern! Wo bin ich denn? Wir werden einfach die Wand... Hier entflaschen! Ich muss da rüber... Und es fängt an zu ruckeln! Guck mal, da steht einer! Was will das? Ui, hallo! Tschüss! Kann man keine Türrahmen machen? Ich hab' das doch gelernt! Wieso kann man hier ne Tür machen, wenn man keinen Rahmen dazu machen kann? Oder bin ich... blind? Ich bin, glaub' ich, blind! So, Jay hat auf jeden Fall die Uhr auf! Kann sein, dass ihr 10 Sekunden Verzögerung dann habt! Ja! Elia ist schuld! Natürlich! Guck mal, die schwimmt mit mit uns! Elia! Ich werde... Pünktlich 2019 wahrscheinlich sterben hier! Mach mal hinne! Ja, Kalli! Ich bin schon unterwegs! Hervorragend! Ah, Vogel! Vogel! Ja, Vogel! Level 5! Der hängt da immer noch... Eigentlich könnte man den zähmen! Oh, stimmt ja! Ich hab ja ne Fackel! Tada! Machst du da hinten Schandtaten oder wer ist das? Wer macht Schandtaten? Ich bin hier in meiner Ecke! Warte ich... kein bisschen, damit ich hier das Ganze überliebe! Die sind lauter nackte Weiber! Kalli, es wird noch ne Weile dauern, ich bin wieder ähm... woanders! Also getrennt, sagste! Du könntest mir auch entgegenkommen, da wo... wo ich dir entgegengekommen bin am Anfang! Ich hab volles Inventar! Ich will hier spazieren gehen! Und ganz, 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 ganz minimal Wasser habe ich noch! Aber in einer Minute schaffe ich das nicht und wenn ich jetzt schon wieder renne... Es ist bei mir 59! Ja, bei mir auch! Oh mein Gott! Ich muss das Glas... anheben hier! Das Zauberwort! Lobi, dann mach mal erstmal deine Küche an, ja? Hier, warm! Bleib da kalt bei dir! Nix! Ich werde es nicht schaffen in einer Minute! Das heißt, wir müssen getrennt feiern! Oh mein Gott! 2019! 2019 fängt gut an! Gut! Gleich! Knallts! Wenn wir aus sich hören... Internet spinnt eh gerade! Tut's mir leid! Ich würde sagen, der Chat zählt mal runter! Wir schreien schon lange 59 hier! Ich erhebe mein Glas schon mal! Ich bleib auch schon mal stehen! 5! Es ist bei mir 0 Uhr! 4! Gute Lieben! Ich würde sagen, frohes Neues! Ihr Lieben! Auf euch! Und auf euch! Ja! Ja! Sterbe gleich! Prost! Prost! Du blöde Schlange! Ich muss trinken! Du blöde Schlange! Mh! 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 Oh Gott ist das widerlich! Mh! 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 du heilige wer möchte das ich nicht juhu ein zwei graue haare mehr was soll es ja egal soll ich das fenster aufmachen dann hören wir hier das geballert auch bei meiner seite immer mit nehmen wir mit es kribbelt im bauch ist das normal oh gott wie sie auf dass das ja für die sehr erfolgreich sein wird genau auf deine welt erschafft und so genau und vielen dank an euch für eure treue und eure unterstützung ich merke es schon ich nehme noch einen schluck darauf trink ich noch mal auf euch ich glaube ich muss da dachte wollte welche folge auf dem ich treffe bestimmt ganz gut jetzt auch miriam nicht hauen wir sind neun jahr hohen nicht hauen nein ende ans glas so kann ich bin bei dir wo bist du wo es neues kann auf weitere spannende folgen auf wir heute am ersten bei kalli einen 24 stunden live stream mit outlast gemütlich zusammen verbringen und uns über die kalli lustig machen denn sie wird ständig sterben jetzt nicht kalli ich mache eine ansage für dein live stream morgens sammeln nebenbei ein ihr sammeln nebenbei ein ja irgendwie alles doppelt und dreifach ja es am ein und mein gewicht wird immer höher die dodo armee des todes wird auch noch kommen dank kalli und meine sachen ich bin nackt oh gott ich hab muss geschwund so wartet mal ich muss meinen meinen misslungenen timer stoppen ach du meine güte gut das hätte ich eher machen sollen ich hab das irgendwie komplett vergessen jetzt könnt ihr auch keine sms mehr schreiben denn ihr lieben das netzwerk wird jetzt vergewaltigt von den einzelnen leuten die sms weg schicken 2019 oh mein gott da muss man sich erst mal gewöhnen dass man das so auf arbeit auch aufschreiben 2019 nicht mehr 18 wird ja wieder eine umstellung daran gewöhnt man da brauche ich wieder elf monate dass ich mich dran gewöhne das ist schon 2020 schön jay frohes neues wo warst du gerade wir haben auch gerade frohes neues gesagt vergesst nicht internet ist blau ja miriam hier bist du sicher du brauchst keine angst zu haben ja drehe einfach lauter dann hörst du das knallen nicht da draußen wir können auch ein lied singen wir sehen keine lieder stell dir die leute draußen nackt vor alter ich hab asthma warte mal ich hab was vergessen zu troppen noch warte mal hier kriegst du noch was gibt mir mein zeug hier die sogenannte tür kann ich das troppen ah ok die tür hast du eine wand auch ja die steht da schon und ich brauch wieder feld warte ich hab dir alles gegeben ich boxe das ding ja ich hab's gleich ja alter der erste ok sorry ich musste rennen und sowas du musst doch was einsammeln da liegt doch was der fackel nimm dir das fleisch alter finn ich hab nix in der hand man und so hier ich hab ein level up gemacht ja die schlange hat's ich hab auch ein level up ähm 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 machen wir mal fortitude 3 hm 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 ich möchte glaub ich jeder von uns haben was 5min keine 5min erster перner deswegen geh ich bei silvest auch nicht mehr raus weil der kochen endlich ich mach kochen kochen ja ja super dann baue ich emmm warte kann ich Ich frage mich, wann wir die ersten Sattel bekommen. Ich habe jetzt Cooking... Cooking... Ups. Ich habe hier so ein Cooking-Dings gemacht. Äh, hä? Aber das kann ich hier nicht kraften in meinem Kraft-Dings... Dings, 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 Dings hier. Äh, vielleicht brauchen wir eine Workbench. Alter, ist nicht dein Arzt! Naja, wenn es eigentlich wie arg ist und ähm... Da braucht man sicher eine Workbench. Bei jedem Survival-Spiel braucht man eine Workbench. Äh, ich sterbe jetzt. Oh Gott, ich glaube, ich steige wieder auf Eis hier um. Wie lange wir filmen? Ähm, keine Ahnung. Wir wissen es nicht. Auch dir frohes Neues, Miriam. Frohes Neues! Los, unser Polizist, unser Terror-Ferror. Krawallbürste. Krawallbürste. Jetzt haben sie es geschafft, runter zu gehen. Ja, jetzt haben sie es geschafft. Genau, die müssen ja erstmal die ersten 10 oder 5 Minuten anstoßen. Das passt auch, die 5 Minuten. Genau, Jacke anziehen, Böller einpacken, runter rin. Genau, die kleinen Kitties noch schnell in den Schrank schweren. Und dann geht man eigentlich raus und knallt die Leute einfach draußen um. Hast du Licht gerade angemacht? Nein, du. Äh, nee, ich nicht. Nimm doch mal die Schlange auseinander, die lebt hier noch. Die lebt hier noch. Die lebt ja noch. Das Ding war Level 10. Das Ding war wichtig. Ja, ich bin mir nicht. Ja, ich bin mir nicht. Ich bin mir nicht. Nein, du hast du es gemacht. Ich bin mir nicht. Ich bin mir nicht. Ich bin mir nicht. zu genüge. Eigentlich könnten wir das Lagerfeuer wieder ausmachen. Danke, Nina. Das wünsche ich dir auch. Frohes Neues. Ich mache das Lagerfeuer aus und ich müsste mal raus. Kann ich denn schon eine Kiste können? Hast du Fetch noch? Das hast du alles. Ich habe mich alles rausgetroppt. Ich brauche 40 Stück Fetch. Mal gucken, wo ich spawne. Vielleicht kann ich aufs Bett spawne. Musst du mal gucken. Vielleicht kannst du es machen. Alter, die weißen Haare. Du siehst ganz schön gruselig aus. Miriam schickt deinen Eltern einfach eine SMS. Dann musst du nicht raus. Alles klar, Boogie. Vielen Dank fürs Vorbeischauen. Groß Neues wünsche ich dir und bis zum nächsten Mal. Ja, wir sehen uns 2019. Weiterhin. Ich glaube, das dauert ihr noch bei mir mit den Sternen. Cola habe ich auch neben mir. Ich habe ganz schön viel Zeug neben mir. Um das Jahr zu feiern. Was? Wer sagt denn, was? Das gibt es doch nicht. Mein Handy hat super Empfang. Wer hat mir denn da alles was geschickt? Alles klar. Gut, ignorieren wir einfach. Patti, stirbst du gleich? Ja, gib dem Ding noch ein paar Minütchen. Weißt du, woher man Fetch bekommt? Bleib hier, du kannst mich alles auseinander nehmen. Thomas, ich wünsche dir auch ein frohes Neues. Frohes Neues. Ich hoffe, es stört euch nicht, wenn ich gerade ein bisschen... ...knappe. Ich versuche es auch leise zu machen. Oder ich müde mich einfach mal kurz im Moment. Yeah, mich kennert das erste Mal 2019 und ich kratze mich. Yeah. Boah, krass, ich habe 2000 Menschen das allererst mal in der Seitstraße gegessen. Herzlichen Glückwunsch. So, jetzt geht es los. Jetzt kommen die ganzen... ...wumischen Teile. Ich glaube, wir können hier auf der Insel auch... ...Karten, nicht Karten, hier Schätze finden. Hier. Ja. Durch die Flaschenposten bekommst du sehr viele Schätze. Alter, Finne. Jetzt wird es erst mich tot. Alles klar, Lumi, werde ich das dann bei Kali machen. Leichten Flattern. Oh Gott, Kali. Äh... Ach nee, dein Inventor ist leer. Oh Gott, sei Dank. So, Kali, werden wir dich mal ein bisschen auseinanderflattern? Okay, hier steht Bett. Meine Lieben, guck mal schnell aus dem Fenster, da ist was ganz, ganz Tolles. Ich kann auch nicht auf dem Bett, warte mal. Ihr sagt doch, da steht nur Bett, du kannst aber nicht drauf tun. Zulkeepers Gekont visto Town so leicht von Lumi zu übernehmen wie Kali durch Aufbauen gegen unserurgter 떠� failure grillen. Kannst du nicht? Wie gesagt, das hat bei mir auch nicht geklappt. Dein Jahrzehnt, das Bett wird angezeigt, aber... Ich bin auch so voll, ich kann wieder nicht unterwegs sein. Ich will gerne mir eine Kiste graften. Wo ist denn mein Kreuz? Beim Ernten? Okay. Nein! Was? Wo beim Ernten? Alter, hier geht's wieder abwärts. Habt ihr den jetzt gehört? Ich hoffe mal nicht. Ich bin auf ein Baum gespawnt? Sag ich doch! Ich auch! Und dann bin ich runtergefallen, als ich den abgegrast habe. Also der war an ner Schlucht und so, also Bilder ins Wasser. Voll blöd. Äh, Autsch! Ich hab kein Kreuz mehr hier auf der Karte. Was denn da los? Ey, das ist ungeil. Soll ich irgendwas mitbringen? Warte mal, wie weit geht denn das Jungs? Ähm, Fetch wäre sehr toll, dann könnte ich schon mal die erste Kiste graften. Du hast ein bisschen Kupel hier oben. Halter, Kali! Ja, der kommt tief. Da würde ich auch einen Wassereimer nehmen und einfach über diese Person rüberkippen. Gironimo! Und von oben brüllen, froh, was Neues! Ich weiß gar nicht, wo ich langpaddeln soll. Weil ich hab nix Kreuz. Da lang? Ich glaube auch, dass der Chat, kann ja sein, dass der Chat so ein bisschen leicht hinterher kommt. Ich weiß es nicht. Weil die Boogie-Katze jetzt schon seit längerer Zeit nicht mal da ist. und dann kommt eine Gute-Nacht-Boogie-Katze. Kann sein. Ist möglich. Oh Leute, guckt man wirklich aus dem Fester. Ich verarsche euch nicht. Da ist was ganz Tolles. Oh Gott, ist das widerlich. Ja. Schön. Ähm, wie gesagt, ihr Lieben, ich würde jetzt gerne weitergehen, aber da ich gerade wieder voll bin. Kann ich das nicht machen. Und daher muss ich mal kurz auf die Kali warten. Ein guter Brutsch. Wünsche ich dir auch, Thies. Danke. Wieso habe ich kein Kreuz mehr auf der Kati? Ah, alles klar. Okay, Jay, dann war das ne Täuschung bei mir. Das ist nur Jay. Keine Sorge, das ist Jay. Aber hier an der Ecke waren wir noch nicht. Fischi! Ist doch ein Lieberfisch, oder? Ja, die sind nicht. Halli, wo bist du? Auf den Kompass hast du oben ein grünes Licht zum Leuchten. Da siehst du ungefähr, wo dein Bett ist oder wo ich gerade stehe. Ich weiß es nicht. Nee, mein Kompass ist blau. Warum ist dein Kompass blau? Leider kann ich das bei dir nicht sehen. Ich weiß gar nicht, was mir mein Kompass hier anzeigt. Da ist ein kleines Licht. Auf den Kompass? Ja, ein kleines grünes Licht. Wieso habe ich kein Kreuz mehr auf der Karte, wo ich bin? Meine Position? Weiß es nicht. Da hatte ich auch mal ganz kurz und dann war ich wieder da. Ich muss was raus troppen, Leute. Nein! Ich würde ja gerne Fetch holen. Dann kann ich eine Kiste bauen. Ja, was mein Problem immer ist, wenn ich da stehe mit voll dem Winter? Ich kann einen Stuhl machen. Was ist denn das? Hauptsache du bist ein Fetch mit, dann kann ich, ähm, dann kann ich, ähm, okay. Was war das? Okay. Eine Kiste machen. Okay, Bär. Haben die denn alle hier was gebaut? Ist ja interessant. Ich will so laden. Okay. Zweites Bett kann ich leider auch nicht bauen. Wir können auch nicht auf diesem Bett spawnen. Ja. Und, äh, fürs Bett brauche ich eh Fetch. Also, nimmt sich nicht viel. Ich hoffe, die... Clam? Haben wir nicht geclam? Oh, pardon. Wieso? Eigentlich müssen wir das doch gar nicht machen. Bei Aquas auch nicht so. Einfach hinballern und dann kann man drauf spawnen. Ich habe einen Woody gefunden. Woody ist neu. Woody kenne ich nicht. Hm. Nein, mit kein Woll gewaschen. Äh, Cardi, wo genau bist du? Äh, Schuna? Ja, sagt mir sehr viel. Ey, ich bin bei Schuna. Ach, so, okay. Verstanden. Ich habe keine Ahnung, weil ich habe ja selber hier keinen Punkt auf der Karte. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich richtig latsche. Ich gehe mal schwer davon aus, dass ich richtig laufe. Alter, finde. Kann das sein, dass du von dieser Richtung kommst? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich glaube, du wirst mir angezeigt auf dem Kompass. Äh, hä. Hi, Sau. Wenn du von da kommst, dann ist es eindeutig der Kompass, der zeigt dann dich an. Hier ist ein Floß, das heißt sexy. Auch nicht schlecht, bloß was sexy ist. Das du wirst, ich kann gar nichts mitbringen, weil dann schlage ich mich ja wund hier. Ja, das ist auch das Blöde. Ja. Naja, ich bin noch, ich bin noch gut mit dem Trinken dabei. Ich würde sagen, du suchst dann Fetch, dann mach ich... Kann ich ja nicht, ich muss erstmal zu dir und dann brauche ich... Ja, ja, du kommst erstmal zu mir, ähm, suchst dann nochmal Fetch. Aber ich glaube, ich bin ganz woanders. Äh, der Kompass hängt mir auf jeden Fall irgendwas Grünes an und ich hoffe, dass du das bist. Ups, nein. Und ich würde ja mit euch sammeln gehen, aber ich bin sauschwer. Ich hab wieder zweimal Flaschenpost. Ich finde, und da sieht man so leicht, wenn ihr genau hinschaut, dass das Wasser ganz schön leggy ist. Leggy, hoch geht auf jeden Fall. Wieder Flaschenpost. Was? Und frohes Neues, Epik. Und frohes Neues! Halli! Macht der Alkohol müde? Krieg ja ich... Halli, hast du jetzt das ganze Glas geächt oder so? Äh, nein. Ich hab grad so einen Müdigkeitsschub. Ich weiß ja nicht. Ich will gerne zu den Huhn und vielleicht das Huhn bisschen auf... Aber ich sammle noch fleißig hier. Aber es schwimmt von mir weg, kann das sein? Ja, ich glaub, es schwimmt von mir weg. Ich bin... Ich hab kein... Wo bin ich hier? Wieso... Wird... Werd ich nicht... Nein, nicht springen. Ich hab keine Ahnung, wo ich bin. Hoppelhase! Warte, 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 warte! Warte, warte, warte! Warte, warte, warte! Hase, 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 Hase! So... Warum bin ich auf einmal so langsam? Ich glaub, wenn ich noch einen Schluck trinke, werde ich wieder wach. Okay, ich tu's mal. Ich bring Kaffee, Kalli. Hm? Hm. Passt das zusammen? Alkohol und Kaffee? Ihr solltet die Axt nehmen, ne? Da bekomme ich mehr Pelz raus aus den Hasen. Komm ran, Hase, komm. Wann werden wir hier ein Schiff haben? Ich glaub, dann bin ich 60 hier in game. Ich glaub ich auch. Oder 100. Na, aber vielleicht klappt es ja so langsam und einmählich. So, ich habe Fae. Was kann ich mit meinem Fae alles machen? Wir machen Floß. Wir machen einen Sportpunkt für uns. Ei, 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 ein Pinsel kann ich machen. Kann man schneller schwimmen? Ja, okay. Habe ich das nicht gemacht. Nur vergesse ich das jedes Mal, wenn ich ganz schnell ran renne. Ja, okay. Guck mal raus, Leute. Das ist was ganz tolles. Wirklich jetzt. Nicht bei den Tieren. Ja, jetzt kommen die. Ich habe es gelesen. Ja, 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 ja. Ich brauche immer noch Fätsch. Scheiße. Da ist die Brücke, die ich einst überquert habe. Die Halli ist sehr weit weg. Was? Warum? 120, oh Gott. Kiste. Was? 40. Ich muss los und ich muss irgendwas rausschmeißen. Ich seh gar nichts hier auf der Karte. Ich habe keine Ahnung, ob ich hier richtig lang schwimme. Ich habe eine Idee, wartet mal. Wir haben ja das Lagerfeuer. Lagerfeuer machen wir aus. Hier ist ein Affe gerade, ist was er erplumpst. Ähm, packen das Holz hier mit rein. Oh, doch nicht. Eine Fackel? Ähm, die haue ich mir auch einfach mal rein. Kann ich denn das hier reinpacken? Kann man eventuell mit einem Wellenstupser nach oben? Nee, das Paar lasse ich drin. Das packen wir mal rein. Nein, das geht nicht. Holz. Gut, das geht. Dann könnten wir vielleicht... Ähm, bin aber immer noch sauer. Okay, wir könnten jetzt mal los. Warte, warum habe ich eine Fackel an? Hat hier was gegluckst? Oh Gott. Ähm, los und Fetch suchen. Ich hoffe, dass wir Fetch finden. Ich werde verfolgt von einem... Nicht mehr Fisch? Wo ist der? Acht! Frohes neues Gamer-Girl! Frohes neues! Ich glaube, ich steige wieder gleich auf Eistee um. Oder auf Cola. Oh Gott, ist das wirklich. Oh, ich darf nicht rennen. Ähm... Eieieiei. Eieiei. Das ist nicht Fetch. Gucken wir mal, wo meine nächsten Folge anfangen. Ich glaube, ich muss weniger trinken. Ciao, ciao. Ciao. Pardon. Entschuldigung. Entschuldigung.